Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Hotel, ich bin Sarah Mohr, Familienfrau und Mutter von drei Kindern, und erzähle euch heute eine Geschichte zum Thema «Was ist Weihnachten?». Es ist erst halb neun Uhr am Morgen und die Preise hatte sich schon das dritte Kaffee rausgelassen. Sie sitzen angespannt mit nur einem Viertel Backen auf dem Stuhl und blättert unkonzentriert in der Zeitung eines Grossverteilers. Sie ist todmüde. Nicht wegen den Kindern, die nicht durchschlafen. Nein, die Phase ist schon lange durch. Es ist die heilige Zeit. Die macht es auch feige fertig. Es ist erst Mitte im Monat, aber sieh man nicht mehr. Ende November fängt es selber schon an. Die Weihnachtsmusik überall in den Läden und im Radio gänge ja noch, aber die Pflichten, das Programm, die Ansprüche. Rebenleichtli-Schnitzel und ein Umzug, das ist quasi der Startschuss. Dann die Adventskalender. Sage und schreibe acht Adventskalenders im Haus. Einer zum Hören. Kommt alle Tage und morgen früh per WhatsApp zugeschickt. Einer mit Törchen für alle drei vom Grossi. Dann noch einer mit Schöckerli drin für alle. Die hat es mal zur Kasse gegeben. Und dann, klar, jedes Jahr macht sie noch einen selber, dass jeder dritte Tag eins von den Kindern ein Geschenk auftue. Den Lebkuchen verzieren mit dem Göttibub. Allerliebst. Wirklich hennenherzig. Gritti-Bänzebache. Grossartig. Herziger jetzt noch nie geben, weder die von den Kindern. Zuckersüß. Klausenhöck. Einer zu Hause, einer im Geschäft, einer im Verein. Gützeln mit den Kindern. Ja, sie tun so gern. Dann Geschenke besorgen für die drei eigenen Kinder. Und für fünf Göttiching. Mitarbeiter Geschenke organisieren und schön einpacken. Karten schreiben. Ist ja alles gut und recht. Aber irgendwie kann so zu viel Schönes auf das Mal geben. Priska ertappt sich beim Gedanken, sie wünscht es, warum Corona. Nein, natürlich schon nicht richtig. Ehrlich die Einschränkungen, die sind irgendwie trotzdem nicht so schlecht gewesen. Nein, so kann man es auch nicht sagen. Einfach ruhiger. Ach, lassen wir es. Es könnte etwas sein, wie es wäre, es wäre nicht recht. Aber es nimmt es schon Wunder, studiert sie, was vor Weihnachten noch übrig bleiben würde, wenn man den Sozialdruck, alle Erwartungen, der ganze Kommerz, würde minus rechnen. Also das gäbe dannher die Rechnung Weihnachten minus Adventskalender und Geschenke. Minus blinkende Lämpchen und andere Deko-Beleuchtung. Minus Kitschmusik in den Läden und im Radio. Minus Familienschläuche. Minus Tannenbaum. Minus das viele zu viel Essen. Er wird es ganz träumlig vom Minus rechnen. Das ist ihr Handy. Sie ist gerade froh um die Ablenkung. Mit dem Fingerabdruck löst sie die Bildschirmsperre, tut die App auf und wird nervös, als sie den Absender sieht. Dino. Bozitz ist sie wach. Das Baby ist da. Letzte Nacht auf die Welt gekommen. Eine Sophie. Jö, wie herzig. Ein Wunder. Sie putzt sich ein Tränchen ab und tückeln blitzartige Antworten an ihre Brüte. Etwas von himmlischen Momenten, Wunder und Zauber und immer ganzer, festen Drücker. Das Herz klopft an die Preiska bis zum Hals. Es versprengt sie fast vor lauter Erleichterung und Freude. Sie hat heisse Augen und möchte ihr Glück teilen. Sie tippt das Nummer von ihrer Mutter ein und möchte gratulieren zum vierfachen Grossi. Besetzt. Das hätte sie denken können. Da erfasst sie sie wie der Blitz. Genau. Das ist Weihnachten. Ein Kind ist geboren. Ein Kind mehr, der der Welt lehrt, was Liebe ist. Ja, wie es könnte gehen mit dem Gärn haben. Ja, jetzt hat sie es. Die Liebe, Glauben und Hoffnung, das bleibt auch noch dann, wenn man alle Klimbim vor Weihnachten minus rechnet.